ARD Text im Auftrag von Funk Wie war es für euch, habe ich eine ferndafte Leinwand gesehen, mit unglaublich vielen Leuten, die zugeschaut haben? Also es war cool, ja. War niemand peinlich? Also mir war es nur peinlich, weil der Film, letztlich mit dem Ton, aber ich habe das Verständnis. Also, ja. Wir können da raufwinken, Sie sitzen da oben. Komm, wir winken da. Hi, Technik. Ihr habt jetzt eine Vorgabe mit dem Thema, 2056, wir schauen in die Zukunft, wenn er komplett frei gewesen wäre. Was hat er da gemacht? Oh, warte, er hat keine Ahnung, ich frage dich. Keine Ahnung. Hat irgendjemand eine Ahnung? Vielleicht etwas in der Freundschaft, so wie wir in der Klasse etwas zusammen machen. Und wie malt ihr euch die Welt aus, mit 1000 Franken auszugeben? Das wäre auch ein Blick in die Zukunft. Also, wir würden einen Teil spenden, und den anderen Teil würden wir für eine Schulreise benutzen. Ey, die Ersten, die sagen, spenden. Ich glaube... Ich glaube... Seht jemand von euch eine Zukunft, entweder als Schauspieler oder hinter der Kamera zu sein, irgendetwas mit Filmen zu machen? Du bist so vorne gesessen. Was? Sehst du die Zukunft? In dem... Also, eine Zukunft gibt es für dich sowieso. Ja. Aber im Film? Ja, schon. Okay. Mit diesem Enthusiasmus lassen wir Sie wieder von der Bühne. Sie haben genug zu leiden. Danke vielmals und entschuldigen Sie. Und da auf? Ich dritte. Wenn der Bühne. Sehen oder wie es der Bühne. Wenn der Bühne wurde. Vielen Dank.